Oh mein Gott! Jo was geht ab? Herzlich willkommen zu dem Halloween Turnier. Ich habe mir mein erstes Team gebaut, was ich mir jetzt überhaupt auf FIFA richtig gebaut habe. Guckt euch das Team an. Also erstmal man kann hier 7500 Münzen gewinnen, aber da gibt es ja eh keinen. Auf jeden Fall hier, bla bla bla. Das ist das Team. Das Team ist richtig fett, wie ich finde. 2,5 Sterne-Skiller, Lewandowski-Hero. Ansonsten halt so ein normales Team. Ich habe Erkin, Snyder, Nani, Götze, Vidal und Costa in diesem Jahr noch nicht ausgetestet. Sheddu auch nicht. Und von daher bin ich richtig gespannt, wie die abgehen werden. Also ich habe eine große Hoffnung in Costa und in Nani. Und Vidal wird, denke ich auch, Vidal und Snyder werden, denke ich, auch totale Biest sein. Erkin, der Team of the Season letztes Jahr, der war sowas von Weltklasse. Der hatte so eine Wumme. Und auch jetzt hat er wieder 72 Schuss. Ich glaube schon, dass der richtig abgehen wird. Jetzt wird der Typ rasiert. Ich habe mal wieder lange kleinen FIFA mehr gezockt. Hat ein ganz normales Team. Nichts Besonderes. Erster Ball. Oh mein Gott, die gewinnen jedes Kopfballduell. Oh mein Gott, Costa, du Biest, Alter. Das gibt's nicht. Den hat er ordentlich gemacht, nochmal. Stark gemacht. Boah, geil, Alter. Oder wieder dein Nani. Wuhuuu. Oh. Nani. Costa, Nani. Oh. Nein. Was war das? Piss check. Kötze. Finesse. Oh. Shit. 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 Oh mein Gott, oh mein Gott, Alter. Tiki Taka vom Feinsten, meine Freunde. Richtig geil gespielt von den Münchnern hier. Von unserer Münchner Seite. Boah, Götze, ne? Der ist in-game so gut. Der ist richtig gut. Obwohl er schlechte Steps hat. Auch schlechte in-game Steps. Aber ich finde den in-game richtig stark. Lewandowski. Die musst du ja wohl machen. So, Freunde. Erste Spiel gewinnt mit unserem neuen Team. 2 zu 1. Costa und Lewandowski machen die Tore. Das Team macht schon echt Bock. So, Freunde. Wir gehen sofort ins zweite Spiel hinein. Und da geht man hier mit einem BPL-Team. Ja, ist auf jeden Fall OP, würde ich sagen. Aber er kriegt jetzt erstmal auf den Sack. Er wird rasiert. Stark. Cooles Tor. Tattoo, ey. Der kickt einfach nur noch um. Das war ne Nummer zu schnell für den. Nein, die knallt aber auch die Skills raus, ey. Elber. Freunde, aber wie wir wissen, wir machen sie nicht rein. Doch, oben rechts jetzt. Fick mein Leben. Ui. Douglas Costa. Mit der Wumme des Jahrtausends. Olle. Jawoll. Guck mal, so einfach kann es sein. Ich werde jetzt dann Einwürfe rausholen und dann in die Mitte rennen. Ach ja, und ihr seht bestimmt schon die ganze Zeit. Ich spamme hier immer den Ballrollflick. Ich finde einfach, dass der Ballrollflick mit der krankeste Trick ist auf FIFA. Der ist so effektiv. Dann holen wir den Freistoß raus. Hat er gut gemacht, der Götze. Oh, Jungs, es macht einfach wieder so Spaß zu skillen, ey. Ja, schöner Freistoß von Douglas Costa. Der Typ ist echt, der Typ ist echt richtig, richtig. Der kostet 40K, Jungs. 40K. Costa ist definitiv sein Geld wert. Jetzt durch die Beine. Oh, Götze. Hat er richtig gut gemacht. Full Flanke. Nein. Was ein Kopfball immer. Oh, wenn der in das lange Eck einschlägt, ey. Kurz. Oh. Nein, ich habe es sogar gesagt. Ich bin so dumm. Verlänger. Stark. Direkt. Oh. Shit. Was war das denn? No touch dribbling. Es klappt. Oh mein Gott. Dieses No touch dribbling. Das ist, das ist der größte, ey, das ist so ein Kack, ey. Wie das, was macht der da? Und es klappt einfach, das ist so geil. Nani 2, Costa 2 und Lewandowski 1. Yo. 5 zu 0 geht es aus. Also das Team ist echt mega Bombe. Das ist richtig stark. So, unser Gegner jetzt hier. Er spielt mit einem Gast. Heißt, ich spiele gegen zwei. Meistens ist das ja so, dass zwei Leute nicht so gut verteidigen können. Ist zumindest so, wenn ich mit einem Kumpel zocke. Kann ja auch sein, dass die oft zusammenspielen und gut zusammenspielen können. Er hat halt ein BPL-Team. Mit Schweinsteiger und so. Mit Spielern, die man nicht oft sieht. Aber ich finde auch Falcao, als ich den mal in, äh, Footdraft hatte, Falcao ist richtig stark. Schieß. Elba. War das kein Elba? Flanke. Oh. Lewandowski, ey. Es ist so lächerlich, wie man immer die Elba bekommt, ne? Du musst nur ein paar Skills machen und zack, trägst du eine Elba. Das ist so dumm, Alter. Wir hauen jetzt wieder oben rechts rein mit 1000 kmh. 180 kmh. Oh. Douglas Costa, ey. Der ist echt... Boah. Oh mein Gott. Richtig geil gemacht, Nani. Boah, ey. Nani und Costa, das ist der geilste Flügel der Welt. Richtig stark gemacht. Richtig stark. Und du so, als ob nix wär, lege Wert auf meine Match. Ich erklär diesen Bitches. Ich erklär diesen Bitches. Wenn der Fiff ist im Business. Stark. 3 zu 1. Aber diese Hater denken, ich laber scheiße den ganzen Tag, aber haben leider keinen Plan. Das ist halt das Coole, weil wenn er zu zweit spielt, die laufen immer zu zweit auf dich und dann haben einfach deine Mitspieler so viel Platz. Ich weiß nicht. Oh. 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 Irgendwie kam er auf Nani. Ja, aber... Hat nicht geklappt. Boah, Leno Junge. Was machst du da? Pfosten Start 4 zu 1 Heute klappen aber auch viele Skills Ne Das ist immer so ganz knapp klappt das dritte Spiel gewinnen wir das Halbfinale das Halbfinale gewinnen wir auch noch mit 3 zu 1 Warte mal 2 Tore Mal wieder 2 Tore Douglas Costa Der ist echt ein Biest Im Finale werden wir alles zerbersten Oh Der hat auch ein Bundesliga-Team Ansonsten einen Trapp auf einer 7er Chemie ins Tor zu stellen verstehe ich auch nicht Vor allen Dingen Ich meine Im Bundesliga hat man ja einen Bernd Leno und einen Fährmann in Form die halt auch sehr gut sind Oh mein Gott Jawoll Der Finesse von Lewandowski unten rechts rein Richtig geil geschossen Aber da hat er irgendwie uns nicht gepresst oder so Der hat uns einfach richtig viel Platz gelassen Und Lewandowski Hero ist richtig heftig Ich glaube schießen alles über 90 Jawoll Daneben Boah Ey Glückab Stark ey Götze richtig geil gemacht Digga Oh Richtig schön gemacht von Götze Hat er die einfach vernascht Oh Gott Ey wie kann man nur so dumm sein Alter Das ist doch behindert Ja Alter Shit Und der Gegner hier über Reus auf Lewandowski Jetzt haben wir ihn Ey das gibt's nicht Leno Was machst du da Nein Digga Mann Jetzt steht 2-2 Und wir haben keinen Innenverteidiger Shit Wir brauchen unbedingt den zweiten Innenverteidiger Ich würde sagen Wir nehmen Götze raus Weil Götze ist eher so der offensivere Lewandowski Finesse Oh Elva Ja Das ist Elva Ja mal endlich Boateng alter The best son dummkopf Ja Ganz klar Schwitzkasten Wir schießen wieder oben rechts Mit voller Wumme Douglas Costa Du triffst alles Guck mal Und mit Lewandowski In dieser anderen Serie Dreck ich nie Let's see Oh mein Gott Ja wir haben es gewonnen Oh mein Gott Na gucken wir uns jetzt an War mal wieder auf jeden Fall Hat richtig Bock gemacht Würde ich sagen Monsters Ball Weltmeister Äh Monsters Ball Meister Ja War cool Unser Team Rasiert alles Das ist so krank Dieses Team Weil die Außen sind so schnell Und so trickreich Die können einfach Lewandowski perfekt verdienen Kein Scheiß Jetzt haben wir nur 7500 Münzen bekommen Premium Goldspieler Set Ja haben wir uns verdient oder Ich hab Bock jetzt was Ich hab jetzt Bock auszurasten An Halloween Ich skippe Benat Marcello Und Mukhangju Wer ist das denn Ich kenn ihn gar nicht Hat es auf jeden Fall gelohnt Das Speck Nicht So ich hoffe es hat euch auch gefallen Wenn ja Dann hat es euch gefallen Und dann würde ich sagen Sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video Wieder Dann würde ich sagen Haut rein Macht's gut Und Fuck Fuck What the sales